Tja, nun ist es soweit. Die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland. Darauf ein Prost. Noch ein kleiner Tipp. Das Runde, das kommt in das Eckige. Tja, jetzt müssen wir nur noch das Tor finden. Wo ist das Tor? Hm, ich werde mal lieber fragen. Äh, sicher, sicher. Ach, ähm, bevor ich das vergesse, den Kanal abonnieren, liken, naja, und eure Kommentare wisst ihr ja, die kommen hier öffnen. Ich freue mich, bis dahin, ciao.